Ja, es ist gut. Chichi, foie rosa. Hoi, hoi. Hast du den Abflug schon? Hast du gesehen, wo? Ja, es ist viel wahr drauf. Aber das, was ich suche, ist noch nicht drauf. Das Ziel ist Kanada. Meinst du, du findest, Ines? Das glaube ich, dass ich sie finde, auch wenn ich als Provinzler dort etwas länger suchen muss. Dann gehen wir. Ciao. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come along, let's go for the hell of it. Oh, 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 oh. See the faces round, they're all looking. Oh, 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 oh. Wondering if the light to come for a ride. Oh, oh. I'll bet you in the right... Oh, oh. Hello, excuse me. I know, that, uh, Ines Torelli? Oh? Ines Torelli. Sorry. No, I'm sorry. Thank you. That you'll never ever get away. Never ever get away. Jumbagi. See the world's been rockin' Jumbagi. Yeah. Ein verdammter Knusch mit so einer Karte. Ein verdammter Knusch. Hi. How are you doing, Johnny? My name is Gigi from Rosa. I'm Pridel, it's glad to meet you. Come on aboard. Thank you, thank you. Yes, sir, yeah. See you, buddy, I hope you find her, bro. Thank you. Okay. Bye-bye, Captain. Thank you very much. See you. I'm walkin', hear the need, and I'm talkin' by you and me. I'm hopin' that you'll come back to me. Hi. Can I help you? Yes. You know a Swiss lady, Canada? Well, I know a few. There's one down the road here, a piece. If you're lookin' for a Swiss lady, maybe that would be the one. Oh, that is music for me. Thank you very much. I wish you luck. Thank you very much. Sie is my Swiss lady, und ich ein Mann aus den Bergen. Ich habe es endlich gefunden. Das gibt es ja nicht. Was machst du denn hier? Die Besucher. So. Hallö. Hallo. Jetzt kommt Chi Chi auf Kanada. để. Eine Frau im Ort, wo ihre Bordredouvin stattet. Gigi Boa Rosa. Zeige dir, wo ich wohne, oder wie ich wohne, mit Stübli. Wow, Stübli ist gut. Das ist eine Stube. Ja, man muss Platz haben, mit meinen Viechern. Ich bin gefragt, dass wir zwei in Kanada in meiner Stube an diesem Tisch sitzen. Alles wegen dem Gigi Boa Rosa. Ein toller Moment. Es würde mich interessieren, wie es damals angefangen hat. Hat mir der Anfang? Es war im Fernsehen in der Sendung «Teleboy» ein Vierziller, der gesungen wurde. Das sah Hans Gemühe und sagte, das sei eine geniale Idee von Max Rueger. Gigi Boa Rosa, Gigi Boa Rosa. Dann sagte Hans, ich mache hier eine Kabarettistische Chanson. Wir müssen jemanden haben, der das gut verkauft kann. Sie muss nicht gut singen können, aber sie verkauft es. Dann kamen sie auf mich. Ich habe das so abgelassen. Er sagte, okay, machen wir es. Ich habe es gesungen, primärlich einfach mal übergesungen. Und dann sagte Thomas, ja, ist gut von mir aus, ist gut. Dann sagte er, okay. Wenn es von dir aus gut ist, ist es für mich auch gut. Ende. Ich hatte doch niemals gedacht, dass der Zeit ist wie ein Erfolg. Ausgerechnet ich, weisst du? Ich stand nicht einmal im Leben auf einem Ski. Wir in unserem Beruf früher durften nicht Ski fahren. Wenn wir einmal umgekehrt sind, wer spielt denn so im Theater? Wir hatten in der Schweiz nicht so eine Auswahl an Schauspielern, die gerade einen noch sitzen konnten. Ich habe Theater gespielt. Aber du? Du warst echt der Gigi Boa Rosa, lange Jahre. Quasi so. Ja, das war schon eine lange Zeit, 37 Jahre. Yes. Der Skischollleiter kam an einem Tag an den Tisch und sagte, wir müssten noch einen nach Zürich herabschicken. Da haben ein paar ein Lied erfunden. Ich spürte, wie alle auf mich gezeigt haben. Und du gehst dann ... Also sie haben dich dazu zwungen? Sie haben mich fast zwungen. Im perlweissen VW bin ich dort runter, um dir den Blumersdrausen überreichen, und von dort hin. Und von dort hin bist du der Gigi. Kennst du den Gigi für die Körper? Ich komme, ich zeig dir jetzt noch. Wie es bei mir aussieht, da hinten. Es hat viel Wärme rumsteht. Überall, wo du siehst, siehst du Katzen, gell? Katzen. Und hier, siehst du? Wir wollten einfach mal ein Theater mitbringen. Die haben ja auch Fasperlchen gemacht nach und nach. Ja, Krokodile, kann ich mich erinnern. Und Nino, geh auf, sieben. Hat es dir schon gegeben. Ja, ja. Ein Mio. Schallplatten und Kassetten. Das ist schief in der Schweiz. Das ist viel. Voilà. Schau. Schön, gell? Das ist ein bisschen bedeckt worden. Leider. Man sagt ja in Nova Scotia, wenn Ihnen das Wetter nicht passt, kommen Sie in zwei Minuten nochmal. Schau mal, schau mal, die Aussicht. Schön, überall. Schau mal, ich bin schnell. Ja. Weisst du, das Leben, das ich hier führe, den Platz, den ich habe. Ja. Und diese Ruhe, das hätte ich in der Schweiz nie. Als Kind, weisst du, habe ich mir schon immer gesagt, einfach mal zur Stube rauszukommen und auf die Eisensteine. Das habe ich jetzt. Was will ich noch mehr? So schön du das hier hast, hast du nicht die Idee, wenn du wieder in die Schweiz zurückkommst? Nein. Nein. Weisst du, ich habe fast mehr Kontakt mit den Schweizer Kollegen von hier, als wenn ich jetzt dabei will. Dort hieß es immer, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns noch nie. Aber da habe ich Zeit zum Tippen machen. Dann bleibst du hier. Dann muss ich alleine zurück. Hier ist es ja. Du bist aber eigentlich hoch, ich habe alleine zurück. Es gefällt mir da. Das ist schön. Und das wollte ich mich vergewissern, dass es so ist. Jetzt weiss ich es. Copyright Untertitel. BR 2018